Das Umweltmagazin mit Stefanie Peik. Schön, dass Sie dabei sind. Für die heutige Sendung wären Gummistiefel nicht schlecht, denn heute warten wir viel durch Schlick und Wasser. Feuchtgebiete wie Seen, Moore und Sümpfe sind echte Schatzkammern der Natur und sie brauchen dringend unseren Schutz. Sie werden trockengelegt, sie werden als Müllkippen missbraucht, sie werden umgewandelt in Palmölplaktagen. Feuchtgebiete verschwinden dreimal schneller als die Wälder auf unserer Erde. Dadurch haben wir wirklich immense Mengen dieser ökologisch so wertvollen Gebiete verloren. Sagt Udo Gattenlöhner vom Global Nature Fund. Hören Sie gleich ein Gespräch mit ihm. Dann geht es bei uns um Plastikmüll in Flüssen und Meeren und einen erneuten Anlauf, wenigstens ein bisschen davon wieder einzusammeln. Und wir blicken zurück auf das Leben des Ozonlochforschers Paul Krutzen. Diese Woche ist Jubiläum. Das internationale Übereinkommen zum Schutz von Feuchtgebieten feiert sein 50-jähriges Bestehen. Es ist das älteste und vielleicht bedeutendste Naturschutzabkommen weltweit. Dominik Wartoschek. Das Übereinkommen soll insbesondere Lebensräume von Wasser und Wartvögeln sichern, von Seen und Flüssen über Sümpfe, Moore und Feuchtwiesen bis hin zu flachen Meeresküsten. Der Vertrag wurde 1971 in der iranischen Stadt Ramsar geschlossen, daher auch der Name Ramsar-Konvention. Bisher haben mehr als 170 Staaten unterzeichnet. Sie verpflichten sich, geeignete Maßnahmen zu treffen, um die Artenvielfalt in den ausgewiesenen Arealen zu erhalten. Zu den größten Ramsar-Gebieten zählen einige riesige Flächen am Queen-Mort-Golf, einem arktischen Gewässer vor der kanadischen Küste oder das Okavango-Delta in Botswana. Deutschland hat unter anderem Wattenmeergebiete an der Nordseeküste gemeldet und die Rheinauen zwischen Eltville und Bingen. Auch der Oberrhein zwischen Basel und Karlsruhe ist Ramsar-Gebiet, genauso wie das Wollmattinger Ried und der kleine Mindelsee am Bodensee. Jedes Jahr am Jahrestag des Ramsar-Vertragsschlusses wird der Welttag der Feuchtgebiete begangen, um auf die besondere Bedeutung dieser Lebensräume aufmerksam zu machen. Aber was genau macht Feuchtgebiete so wertvoll und werden sie ausreichend geschützt? Darüber habe ich übers Internet mit Udo Gattenlöhner gesprochen. Er ist Agrarwissenschaftler und Geschäftsführer des Global Nature Funds, einer gemeinnützigen Stiftung für Umwelt und Natur mit Hauptsitz in Radolfzell am Bodensee. Die Stiftung koordiniert das internationale Netzwerk Living Lakes, lebendige Seen. Es hat über 100 Mitglieder und setzt sich ein für den Schutz der ökologisch wertvollsten Gewässer der Erde. SWR aktuell, global, das Gespräch. Hallo Herr Gattenlöhner. Hallo Frau Peik. Warum setzen Sie sich mit dem Global Nature Fund unter anderem für den Schutz von Feuchtgebieten ein? Sind Sie jemand, der sich gerne nasse Füße holt? Vielleicht muss ich da mal in die Anekdotenkiste greifen. Ich erinnere mich noch an den Start des Bodensee-Umweltschutzprojektes hier 1990 am Bodensee. Damals war Klaus Töpfer Umweltminister und ich war Zivildienstleister. Und ich durfte ihn abholen vom Flughafen Friedrichshafen. Das heißt, das Thema Wasser, Seen, Feuchtgebiete begleitet mich sozusagen schon mein ganzes berufliches Leben. Und warum sind Feuchtgebiete so wertvoll? Ja, wie kann man das erklären? Ich würde mal sagen, wenn die Welt ein Organismus wäre, dann wären die Wälder, wären die Lunge und die Feuchtgebiete wären die Nieren. Also Feuchtgebiete sind sehr wichtig für die Wasserreinigung. Sie haben ganz große Bedeutung für die Vermeidung von Hochwasser, weil einfach große Augebiete dann sehr kurzfristig große Wassermengen aufnehmen können. Und sie sind unheimlich wichtig für den Klimaschutz, weil sie insbesondere Moore immense Mengen von Kohlenstoff streichern. Und sie sind auch ein wichtiger Lebensraum für Tiere und Pflanzen, oder? Das auf jeden Fall. Die Feuchtgebiete gehören zu den artenreichsten Gebieten unserer Erde. Also es ist schon faszinierend, welche Tier- und Pflanzenvielfalt man in Feuchtgebieten finden kann. Zum Beispiel? Bei den Wasservögeln zum Beispiel, die Moorente, aber auch viele andere Wasservögel, die dann in Feuchtgebieten vorkommen. Es gibt da so Spezialisten wie zum Beispiel die Raia-Ente, die eigentlich in Skandinavien oder in Nord-Sibirien vorkommt, dann aber in der Winterzeit bei uns hier in der Bodenseeregion überwintert. Und dann kommen teilweise hunderttausend Tiere, die sich hier auf dem Bodensee und den vielen anderen kleinen Seen und Feuchtgebieten finden. Aber natürlich auch der Buntspecht, der Grünspecht, der Mittelspecht, der Neuntöter zum Beispiel. Diese Würgerarten heißen die, die sind ja sehr selten geworden, finden sich in Feuchtgebieten teilweise auch noch in relativ großer Stützer. Selbst der Pirol, man kennt die vielleicht von Bildern, den schönen gelben Vogel, hat es hier zum Beispiel bei uns im Mendelsee-Gebiet auch noch. Warum brauchen Feuchtgebiete denn besonderen Schutz? Es gibt bei der Feuchtgebiet-Schutzkonvention ein geflügeltes Wort, das heißt Wetlands are not Wastelands, also dass Feuchtgebiete sozusagen keine Schmutzgebiete sind. Leider werden Feuchtgebiete, weil sie eben schwer zugänglich sind, unterschätzt, aber teilweise eben auch missbraucht. Also sie werden trockengelegt, sie werden als Müllkippen missbraucht, sie werden umgewandelt in Palmölplaktagen. Da habe ich schon schreckliche Sachen gesehen. Und dadurch verschwinden die Feuchtgebiete tatsächlich in dramatischem Tempo. Also es macht einem auch schon fast Angst. Feuchtgebiete verschwinden dreimal schneller als die Wälder auf unserer Erde. Und dadurch haben wir wirklich immense Mengen dieser ökologisch so wertvollen Gebiete verloren. Sie hören die Umweltsendung Global, das Gespräch mit Udo Gattenlöhner von der Umweltstiftung Global Nature Fund über die Bedeutung und den Schutz von Feuchtgebieten weltweit. Jedes Jahr kürt das Netzwerk Lebendige Seen einen bedrohten See des Jahres. Dieses Jahr ist die Wahl auf das Pantanal in Brasilien gefallen, ebenfalls ein Ramsagebiet. Herr Gattenlöhner, was genau ist das Pantanal überhaupt und warum ist es bedroht? Das Pantanal ist ein riesengroßes Feuchtgebiet. Es ist fast halb so groß in Deutschland. Es liegt vor allem in Brasilien, grenzt aber auch an Bolivien und Paraguay. Das ist ein sehr flaches Gebiet und nimmt dann sozusagen wie ein Schwamm die enormen Regenmengen, die da jedes Jahr fallen, auf und steht dann auch wirklich ein halbes Jahr fast komplett unter Wasser. Dadurch gibt es natürlich auch eine immense Vielfalt von Arten. Und das Pantanal brennt seit vielen Monaten. Und das sind die größten und verheerendsten Brände, die das Gebiet bisher gesehen hat. Welche Arten sind da zum Beispiel in Gefahr? Ja, eigentlich alle Arten, die dort vorkommen. Es gibt dort 100 verschiedene Reptilien, über 600 Vogelarten. Und natürlich der Jaguar ist tatsächlich noch der größte Lebensraum für eine sehr stabile Jaguar-Population noch oder Riesentapir oder Riesenflusotter. Es gibt da schon wirklich auch beeindruckende Arten. Aber natürlich ist deren Bestand massiv bedroht, wenn solche Feuer hüten. Was muss da passieren? Tja, eine Maßnahme wird da wahrscheinlich nicht ausreichen. Sicher muss der Schutzstatus noch ausgeweitet werden. Aber vor allem dieser Schutzstatus besser umgesetzt werden. Denn die Brände sind nicht Zufall. Also es brennt immer mal wieder in diesen Regionen. Das kann schon vorkommen. Aber Brände dieses Ausmaßes haben auch menschliche Ursachen. Das heißt, da spielt Brandrodung mit eine Rolle. Und diese Feuer geraten dann teilweise außer Kontrolle. Natürlich auch etwas angefacht durch den Klimawandel. Die Region wird trockener und da sind jetzt tausende von Brandherden in der Region. Also zum einen muss man jetzt erstmal im wahrsten Sinne des Wortes löschen. Und dann langfristig natürlich auch versuchen, diese illegalen Machenschaften der Brandrodung einzuschlemmen. Wenn wir die Vogelperspektive einnehmen, wie steht es denn unterm Strich um den Schutz der Feuchtgebiete weltweit? Also wenn man die Zahlen anschaut, global als auch in Deutschland, dann ist es in den letzten 20 Jahren nicht besser, sondern schlimmer geworden. Und auch das Umweltbundesamt hat in den ganz aktuellen Berichten festgestellt, dass zum Beispiel in Deutschland nicht einmal ein Drittel unserer Gewässer einen guten oder sehr guten ökologischen Zustand haben. Woran hapert es da? Haben wir zu wenig Vorschriften oder werden die bestehenden Vorschriften einfach zu wenig durchgesetzt? Das sind Interessenskonflikte. Also insbesondere in der Europäischen Union, die Wasserrahmenrichtlinien, aber auch andere gewässerschützende Verordnungen sind sehr gut. An der Umsetzung hapert es. Warum? Weil es einfach zu viele unterschiedliche Interessen gibt oder in anderen Worten, da geht es ums Geld. Und da muss tatsächlich die internationale Staatengemeinschaft, die UN, die einzelnen Staaten, aber auch die Länder und die Regionen müssen noch mehr investieren. In die Umsetzung von guten Richtlinien, aber auch investieren in die Renaturierung und in den Schutz dieser bestehenden Gebiete. Udo Gattenlöhner von der Umweltstiftung Global Nature Fund über den nach wie vor dringend nötigen Schutz von Feuchtgebieten. Vielen Dank. Gerne. Vielen Dank. Vielen Dank.